Wasser ist etwas entscheidendes im Leben eines Menschen. Ohne Wasser können wir nicht leben, ohne Wasser kann nichts gedeihen. Darum ist für mich auch, wenn man von Entwicklungszusammenarbeit spricht, im Allgemeinen Wasser einfach das, was für mich am sinnvollsten ist, weil ohne Wasser gar nicht nichts anderes möglich ist. Ich bin auch am See aufgewachsen und es war für mich immer ein Thema. Ich habe schon immer mitbekommen, wie wichtig und toll das ist, wenn du einfach auf den See schwimmen kannst. Es ist auch nicht schlimm, wenn du mal einen Schluck Wasser verwischst oder du einfach ab dem Hahn trinken kannst. Durch das Reisen habe ich mitbekommen, dass es einfach nicht selbstverständlich ist. Das Schöne ist generell, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen so ein bisschen auch eine andere NGO sein. Wir wollen nicht unbedingt die Fussgängerstrasse stehen, wir wollen nicht mit dem moralischen Zeigfinger auf die Mitgliederjagd gehen und den Leuten einzahlen können, sondern möglichst einfach und ohne Barriere. Die Leute sagen, jeder Einzelne, auch du und du und du kannst aktiv werden, dafür ist es um das Trink passen. Ich glaube, generell gesagt, der einfache Zugang zur Vivoplanung ist sicher speziell. Ich habe immer so ein bisschen gefunden, ich würde gerne etwas machen. Ich würde mich gerne sozial engagieren, aber mich hat das Angebot, zu wirklich selber aktiv werden, hat wirklich gefällt. Es gibt viele Organisationen, wo man einfach 50 Franken im Jahr spenden kann, aber dann kann man nicht wirklich etwas machen. Das ist für mich definitiv das Spezielle an die Jogamaga, dass man wirklich effektiv etwas tun kann. Nicht wir wissen alles besser und wir zeigen denen da unten, wie es geht, sondern wirklich auf die Potenziale zu gucken, gemeinsam mit diesen Multiplikatoren Musik, Sport und Kunst eben dort zu kommunizieren und wirklich auch vor Ort dann uns Netzwerke zu schaffen. Es ist für uns natürlich auch sehr spannend, eine Verbindung zu haben mit Helvitas, die das Wissen hat, dass wir rausgehen und sagen können, wir können unseren Supporter auch etwas mitgeben. Wir wissen durch Helvitas, was für einen Ansatz verfolgt man. Wir haben auch für unsere Spender natürlich einen zuverlässigen Partner, wo wir sagen können, das Geld, das ihr spendet, geht in ein Projekt, das seit Jahren sehr gut läuft und man einfach sieht, durch verschiedene Evolationen, durch Projektreisen, dass es auch gut umgesetzt wird. Man kann dort wirklich an einem konkreten Beispiel sehen, wie Projekte, die von uns unterstützt werden und worden sind, wirklich nachhaltig die Situation der Menschen vor Ort positiv verändern. Und das ist einfach schön zu sehen, dass es einfach wirkt, wenn wir uns gemeinsam hier einsetzen. Wir nehmen uns genau hin und wir lernen, wir sehen uns keinen terazaires herscut. Wir schauen uns mal un Company, wie Projekte! Whew jetzt auch noch eine蛇事, Orso- angefangen wir unsleb stakes? Wir hacerlo才 manual, Vielen Dank.